Machen wir den besten Trick aller Zeiten und wie das funktioniert, seht ihr natürlich jetzt. Aufpassen auf eure Patschehändchen. Und ihr seht schon, einige Blätter fallen schon ab. Nicht rein splashen lassen. Unsere Blätter sind jetzt hier so ein bisschen vorgekocht. Strunk raus, aufbewahren und ansatzweise der Größe nach erst einmal sortieren. Wir fangen natürlich mit den kleinsten Blättern an. Und da geben wir jetzt unsere Hackfleischmasse hinein und wir vergrößern die Blätter, sodass wir wirklich so kleine Pakete bekommen. Nehmen wir so ein richtig schönes, großes Blatt. Großmutter hätte vielleicht jetzt einen Bindfaden genommen. Das ist mir aber viel zu fummelig, deswegen machen wir den besten Trick aller Zeiten. Wir nehmen ein sauberes Geschirrhandtuch, mit dem Blatt zuerst in die Hand reinlegen und jetzt drehen wir kräftig, kräftig drücken. Wir haben eine gepresste Wirsingroulade und dieses traumhafte Teilchen setzen wir jetzt direkt auf unsere Soße. Wir haben einen Pferd, auf jeden Fall diese Wir haben einen Pferd, auf jeden Fall hier in die Hand. Vielen Dank.